Die können sich dann an die Schiene nageln, wenn wir die nächste Base ancaptionen. Komm schon, mein Senji. Aber du musst dann auch immer leben, bis ich da bin, ne? Ja, das wird das... Die schwierigere Sache von den beiden. Na gut, ich hab noch ein bisschen... Oh, den Westnade. Oh oh. Ich hab den, glaub ich, gerade das Leben gerettet. Ja. Schwestern. Markus hat es nicht geschafft. Ja. Oh, da steht auch... Hinter dir ist ein Max. Ja, ich geh gerade runter. Vorsicht. Bleib immer da an der Treppe, dass du runter springen kannst. Äh, von hinten? Ich weiß, von hinten? Ah, da ist er. Von hinten kommen jetzt ein halber Armee. Ne, einen hab ich. Ich muss nachladen. Ne, sind down. Ich kann nicht rennen. Ich hab nur das Scheiß-Schutzschild. Ja, das ist doch okay. Schutzschild ist gut. Nimm den Anfang. Ja, aber nicht gut. Ja, wir haben A. Ja, aber was ja. Aua. Also, von allen noch. Wie, hier einfach nur schwere Einheiten. Links oben, links, links, links. Hab doch schon drauf geschossen. Öp. Und dann bist du mir in die Schüssel gelaufen. Also. Ich war nämlich der Schaden, der dich angeschossen hat. Oh, die Dinger sind viel zu schnell leer. Dann holt ihr doch Magazinerweiterungen. Stimmt. Könnt ihr die nächsten Sitz mal reinstecken. Granate. Oh. Markus Moni liegt. Wir müssen mal die Dinger räumen. Ja, dann bleib mal stehen. Pass auf. Ja, gut. Dann lass mich stehen und lass mich stehen. Ist ne gute Idee. Ja, nein, nein. Ja, ich sterbe ja auch grad. Ja, weil du da vorgelaufen bist, obwohl ich gesagt hab, Bleib mal stehen, Futur. Ich hab schon so seinen Sinn. Ja, vier Geld. So was regt mich dann auf. Ich hab gemeint, bis hinter mir. Ja, war ich auch. Und hinter dir waren auch drei Heavis mit C4. Ach so. Die hab ich nicht gesehen. Die haben dich auch so gut wie tot gemacht. Na, guck mal, noch mal eine. Hab ich genug? Nein, hab ich nicht. So, jetzt haben wir's verteidigt. Nehme ich überhaupt auf. Weiß trotzdem nicht, dass die Base sicher ist, weil die kämpfen ja immer noch. Vielleicht kann man wahrscheinlich der nächste, next push. Wir pushen dann vorwärts, würde ich sagen mal. Wenigstens wir drei mit dem Harazer. Oh fuck, das sind viele Gegner. Ja, ach was, das ist ja genau das, was ich meine. Ja, Sven, du bist zu hüben. Wenn du stirbst, hol den Harazer, ich komm rüber. Da steh die nächste Base. Da steh die nächste Base. Ja, das ist ja ein Caption. Caption. Aber die nehmen uns gerade auch Nautas Southwack. Das haben wir jetzt auch verloren. Das heißt, die haben die Base gehalten und dafür ne... Nein, ist nicht egal. Den Terran haben wir noch ungefähr für nur 6 Bases und dann gehört ihnen in Emirates. Ja, deswegen machen wir... Also die Straße ist frei, da kommt ein Brawler Ding gerade durch. Also für Harazer-Fahrt könnten wir anfangen. Wir könnten die nächste Base waschen. Ich dachte, da kommt ein Brawler Ding durch. Nein. Ja, ein... Ja, Venga, es ist ja ähnlich. Ah. Die schweren von uns. Ja, dann können wir das machen. Aber ich wäre dafür, dass man erst einmal ihren Sunderer hier zerstört. Der ist ja halt in Wurst, wenn wir die angecaptured haben. Dann müssen sie ja aufgeben hier. Ja, der Sanding ist down. Gott. Es sind zwei Light... Ein Brawler, ein Lightning auf der Straße. Wenn wir über das Feld fahren, schaffen wir es noch. Weil jetzt fahrt nämlich der Vanguard Pusht vor. Da ist noch ein Spion. Aber willst du nicht ins Biolab jetzt dann kämpfen gehen? Nein, ich würde sagen wir noch mal versuchen vorzupuschen. Ja, da sind aber schon wieder einige Terraner auf der Straße. Das habe ich gerade schon wieder gesehen. Können wir es probieren einmal. Danach können wir ins Biolab. Wenn wir verrecken. Da ist er. Da ist er. Habe ich ihn doch gesehen, den Arsch. Okay, ich hole den Harasser. Ja. Dann müssen wir uns halt sneaky durchschleichen. Ich habe keinen Stealth. Ja, wir müssen uns halt sneaky durchschleichen. Was machen wir schon? Stehen wir gleich. Ich bin tot. Was? Ich dachte, du hast geguckt. Ja, da bin ich gerade dran, die wegzumachen. Ja, ne. Gut. Ich meinte eigentlich die ungefähr 20 Stück, die direkt vom Fahrzeugkermin lagen. Achso. Achso. Du habe ihn nicht gesehen. Ich habe gesehen, ein Panzer habe ich doch gesagt. Gut, dann gehen wir ins Biolab. Nein, wir gehen jetzt nicht ins Biolab. Habe ich hier tot seid? Ich bin nämlich auch tot. Mich hat gerade ein eigener, eigene Frackteile erwischt. Super. Von der Walküre. Ich dachte, die Straße ist frei, Alter. Du musst es selbst über das Gewände hinten dran links vorbei fahren. Ich meine, nur ein Sanderer direkt vorm Fahrzeugsborn steht mit ungefähr 200 Infanteristen. Da steht doch keiner vorm Fahrzeugsborn. Ne, ne, da steht überhaupt niemand vorm Fahrzeugsborn. Oder, Markus? Da ist komplett leer. Ne, leer. Siehst du? Ich sage das selber leer. Das sind keine 30 Gegner. Ne, 30 Gegner. Achso, die waren eben noch nicht da. Vor zwei Minuten waren die nicht da. Die waren da alle wieder. Die waren auch immer noch nicht da. Die sind auch immer noch nicht da. Jetzt sind sie da. So habe ich sie auch gesehen. Aber eben waren sie nicht da. Ich habe mich noch da rumgesprungen die ganze Zeit. Ich habe sogar auf Video, wenn ihr jetzt nicht glauben wollt. Dass die da eben noch nicht da war vor zwei Minuten. Könnt ihr euch angucken. Das zweite Video. Am Montag. Da waren sie nicht da. Naja, wir haben sie überlebt und ich habe sogar einen Roadkill kassiert. Was siehst du? Hat sehr wenig was Positives. Aber der Fahrzeugsbahn ist auch behindert. Ach, scheiße. Alter. Viele einfach, ey. Das ist ja Fahrzeugsbahn auch behindert. Das hier hüben. Ja, reparierst du ihn? Ja, die los ist, Alter. Machen wir sie kaputt. Machen wir sie tot. Alter, wirst du instant gekillt hier. Ach, ne. Juhu. Na, Leute. Was, der hat den Roadkill überlebt. Das wird nix. Das wird nix. Das reicht mir. NICHT! Geh weg. Weg hier. Hat der mich gekriegt, der Arsch. Ihr werdet verfolgt von dem Sandi. Die Markels. Äh. Der Sandi hat euch verfolgt. Ja, ich weiß. Ich sag's ja bloß. Ich sag's ja bloß. Wir haben noch A, ge? Wir haben noch A. Wir haben noch A gestorben. Was hat der gestorben? Wenn noch der... Wenn unser Leben noch gereicht hätte, dann hätte er Schüsse gemacht, dann wäre das andere drum gewesen. Ach so. Aber nein. Aber nein. Wir probieren's wieder. Auf der Wiese da unten haben wir Chancen. Ich hab ja gemeint, dass immer dann... Aber wir kommen halt nicht hoch wieder. Ja. Aber du kommst nicht auf die andere Base hoch, Futter. Das kannst du vergessen. Aber du kannst die Fahrzeuge dezimieren. Im Dezimator. Boah! So, was kannst du dir nicht mal leisten. Scheiße! Weg hier! Ach du meine Fresse! Jetzt verliere ich meine Tarnung. Was machen hier die... Height links bitte. Die Baller! Die Steße Tansammel. So, jetzt bin ich hier mal... Davon ist ein... Sky Guard. Warte nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Der Weg, der Wegpunkt ist richtig. Nimm ihn von hinten. Leute. Wegpunkt, der passt? Ja, der Wegpunkt passt. Leute, ich fahr vor. Ich bin Tarnflash. Daher komme ich an die Base wenigstens ran. Oh, ich kann nicht treffen. Alter! Die Fremd. Wollte ich schon sagen. Ich bin so nahe hingefahren, Alter. Ich kam nicht mehr weg, der hat mich weggeschoben die ganze Zeit. Da kommt schon wieder ein rauchender Sandra runter. Er macht einen Put. Und da kommt schon wieder ein kurzende Zeit Platz. Ah, das war's. Das war's. Ja, das war's. Da war's. Da war's. Der ist wirklich gut. Und das war's. Musik, war's. Da war's. Vielen Dank.